Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich den Anschluss und die Bedienung des Aquavolta H2 Rocket und H2 Rocket Mini für Euch. H2 Rocket und Rocket Mini sind Wasserfilter, die mittels schlauer Filtertechnik und unserem mobilen Wasserstoffbooster H2 Turbo Trinkwasser an der Zapfstelle filtern, den pH Wert erhöhen und das Wasser mit Wasserstoff in therapeutisch sinnvoller Menge anreichern. Jetzt macht er wieder das nächste Glas fertig. Die H2 Rocket Familie wird vielleicht später noch durch eine Osmose Variante namens Osminion ergänzt, wir lassen uns aber noch Zeit damit. Beide Wasserfilter gibt es in verschiedenen Ausführungen, die grundlegende Frage für mich ist hierbei, ob ich das Gerät sehen möchte, auf Tisch oder nicht, unter Tisch. Die Auf Tisch Variante kommt jeweils mit einem Edelstahl Schrankhahn. Möchte ich das Gerät nicht sehen, kann ich es im Unterschrank meiner Spüle unterbringen, dann muss natürlich das Wasser irgendwo raus kommen. Die praktischste Lösung finde ich einen Dreiwege Wasserhahn. Bei diesem tausche ich meinen bestehenden Wasserhahn gegen diesen aus und bekomme jetzt warm, kalt und gefiltertes Wasser aus einem Hahn. Somit sieht es an der Spüle nicht so aus, wie bei uns, sondern schön aufgeräumt. Uh, Michi, was brauche ich denn alles dazu? Mit dem Gerät kommt ein Beutel, der notwendiges Installationszubehör beinhaltet und je nachdem welche Version ich bestellt habe, ein Wasserhahn. Wie funktioniert es denn jetzt? Ist es schwierig den anzuschließen? Der Aquavolta H2 Rocket und der Rocket Mini kommen fast betriebsbereit zu mir. Jedes Gerät wird nach der Montage mit seinem Herzstück, dem Aquavolta H2 Turbo Wasserstoffbooster versehen und mit diesem auf Dichtigkeit und Funktion geprüft. Betrachten wir kurz die verschiedenen Bauteile. Der Aquavolta H2 Turbo, der Booster mit Akku, der USB-C Ladeport, der Wasserbehälter, der Inhalations- slash Wasserstoffbefülldeckel, ein Rückflussverhinderer, ein Absperrventil, ein Drehregler für das Einlassventil, ein Anschluss mit Stopfen für Leitungswasser, ein Anschluss für die H2 Befüllung, ein geiler Aquavolta Schriftzug, ein Manometer, eine Wandbefestigungslasche, ein Drehregler für Wasserstoffwasser zum Wasserhahn. Wenn ich mir alle Möglichkeiten offen lassen will, bestelle ich mir eine Schankahn Variante. Das war die Außenseite der Rockets, drehen wir sie mal um und schauen rein. Im Gerät finde ich einen Druckregler, eine Minerade PH Plus Shuttle Kartusche, einen Minerade Carbon Filter beim Rocket Mini oder zwei davon beim Rocket, ein paar lebensmittelechte Schläuche, ein paar Schellen, drei andere Bauteile, ein paar Quick Fittings, ein Viertel Zoll und bei der Schankhahn Variante sehe ich noch den Schankhahn von hinten. Ja, und wie schließe ich das jetzt an? Wie ich die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für einen Wasserfilter herstelle, inklusive Umschaltventil, Leckagestopper, John Gas T-Stück und so weiter und wie ich einen Wasserhahn an meine Spüle baue, zeige ich Euch in den Videos, die ich unten in der Beschreibung verlinkt habe. Ok, nachdem ich alles vorbereitet habe, nehme ich meinen Rocket Mini oder auch den Osminion und ziehe durch Herunterdrücken des kleinen Rings die Stöpsel aus den Anschlüssen und schließe dort die Schläuche an. Schlauch mit Leitungswasser vom John Gas T-Stück, welches am Kaltwasser Eckventil installiert wurde, zum Leitungswasseranschluss. Drehregler mit blauer Beilagscheibe. Es gibt die Möglichkeit, die Schankhahn Variante mit solch einem Montagering anzuschließen. Weiter auf der Seite die H2 Wasser sagt. Schlauch zum Wasserhahn. Stöpsel bei Schankhahn bleibt drin, nur das Ventil wird später geöffnet. Wasserstoffwasseranschluss. Drehregler mit lila Beilagscheibe. Schlauch steckt und gesichert. Kaltwasser Eckventil aufdrehen. John Gas T-Stück öffnen. Oder Umschaltventil waagerecht stellen und Kaltwasserhahn öffnen. Drehregler mit blauer Beilagscheibe öffnen und Wasser ins Gerät laufen lassen. Schauen, ob alles dicht ist. Wenn ja, Drehregler mit lila Beilagscheibe öffnen und auch hier auf Dichtigkeit prüfen. Wasserhahn öffnen und System für ca. 5 Minuten spülen. Jo, fertig, jetzt kann ich trinken. Etwa alle 10 Liter sollte der im Filtersystem gespeicherte Wasserstoffvorrat aufgefüllt werden. Das heißt, wenn ich 2 Liter Wasser am Tag trinke und wir 5 Personen im Haushalt sind, sollte ich das beispielsweise jeden Abend durchführen. Wenn ich Single bin, brauche ich das nur alle 5 Tage zu machen. Und das geht so. Zu, offen. Mehr nicht, weil das Gas geht auch bei ganz wenig offen rein. Steuertaste am Booster dreimal drücken. Beleuchtung erscheint grün. Und beim Befüllen lieber nach 40 Minuten mal hinschauen, ob alles okay ist, weil da kann schon mal sein, dass die Flasche hier undicht wird und dann hier so eine Lake ist und dann der Leckagestopper stoppt. Wenn ich einen Anruf bekomme und es heißt dann ja, es fließt kein Wasser mehr, dann muss ich am Telefon rausfinden, dass es am Leckagestopper liegt. Und die Flasche, da ist ja eine Ersatzflasche in der Verpackung vom Turbo auch mit dabei. Das heißt, wenn die mal undicht werden sollte. Da man ja das Wasser so aus dem Rocket so hat, richtig viel sprudelig, muss man jetzt den nicht dauernd abschrauben und dranschrauben oder so. Sondern der bleibt einfach dran. Aber einmal im Monat schon Wasser wechseln. Sauberes Wasser rein, auch entkalken, schon abnehmen, entkalken. Also warmes Wasser, Zitronensäure, halbe Stunde, dann spülen, wieder dran. Und Wasser eben lieber hier ein bisschen weiter runter sogar. Weil so, wenn er dann unter Druck ist und der macht jetzt 40 Minuten, dann baut sich hier schon fast 4 Bar auf und 5 Bar ist das Ganze halt gemacht. Wobei, wenn hier offen ist, dann geht es ja auch rein. Also es baut sich dann nicht so unter Druck auf. Und hier eben, wenn der läuft, so ganz wenig öffnen. Also wirklich, wir reden hier von ganz wenig. Und wenn er aber abgeschraubt wird, dann schon zu machen und abschrauben. Und das zulassen. Wenn der nicht dran ist, muss das zu sein. Genau. Und die Steckverbinder, da muss man halt hier drücken. Dieses Ring, ja ihr seht, der ist beweglich. Den gedrückt halten und dann kann man ziehen. Also ich bin Profi, deswegen kann ich es mit einer Hand hier. Aber man kann auch mit zwei Händen. Fingernagel, zwei Hände oder das Werkzeug, was wir mitsenden. Und der Druck hier oben, der zeigt nur an eben, welchen Leitungsdruck man hat. Der erhöht sich nicht dadurch. Ja, mehr weiß ich auch nicht was zu sagen. Die Magie der Rocket Familie liegt in den Filtern. Durch eine geheime, nur in der Anleitung verfügbaren Zusammensetzung der Bestandteile, werden sie so effizient. Damit das so bleibt, sollte ich die Filter ab und zu durch neue ersetzen. Steht auch in der Anleitung. Aber Michi, wie mache ich das? Ganz einfach, die Quickfittings an den Filtern haben keine Sicherungsspange. Diese blauen hier. Sie sind doch so dicht. Somit kann ich sie ohne Fummelei mit dem kleinen Gabelschlüsselchen aufhebeln. Löffel, Schraubenzieher, Geldstück, geht auch. So, das ist die Theorie. In der Praxis drehe ich zuerst die Wasserversorgung ab und lasse den Druck am Wasserhahn ab, indem ich ihn öffne. Ich finde die Flussrichtungsmarkierung auf der Filterkartusche und tausche die Filter in gleicher Flussrichtung aus. Ich öffne die Wasserzufuhr und fühle, ob es irgendwo feucht ist. Wenn ja, finde ich die Quelle. Wenn nein, alles ok. Ich lasse das System ca. 5 Minuten spülen. Das ist alles was ich hab. Dann hab ich raus. Ich hab ichRadigung an. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.